Weil, ich habe noch keinen Bock mehr, aber wird sich nicht halten. Ja, Martina, richtig so. Den Blick immer nach vorne gewandt. Schließlich kommt jetzt die Zeit, in der der Spieß umgedreht wird. Das halte ich so, der geht ändern. Ich habe noch gar keinen Plan, was sich der Regeln ändern soll. Jetzt kann ich aber eben Pascal einfallen würden. Pascal ist halt eher oder weniger so ein Typ, der nicht mit dem Ausbrauchen ist. Oder auch nur gewinniger Verzeih, wenn es um den Ausgaben geht, zum Erwählen. Er hilft mir so gar nicht. Ich muss mich noch zu benachwenden. Ich werde schon irgendwas einfallen. Das geht um die Regeln. Und was lange währt, wird endlich gut. Martinas Racheplan steht. Schließlich wurde sie in den vergangenen Tagen von Battlepartner Pascal Orgen...